Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Dienbacher, Pörsentrainer aus Karlsruhe. Ich habe euch in den letzten 2-3 Wochen etwas vernachlässigt mit Filmmaterial. Das liegt daran, es ist viel zu tun im Bereich Pörsentraining, Ernährungsberatung, Online-Coaching. Warum? Es liegt an Jahreszeiten. Natürlich hat jeder was vor, jeder möchte Sixpack, jeder möchte sich verändern, jeder möchte gut aussehen. Und entsprechend dessen hatte ich in letzter Zeit sehr, sehr wenig Zeit. Dazu kommt die Wettkampfvorbereitung und einige Fotoshootings. Aber ich habe euch versprochen, dass ich nochmal zum Abschluss euch im Verlauf zeige, wie ich mich entwickelt habe. Das heißt, heute haben wir am Mittwoch, Mittwoch den 15.05.2013 am 18.05. für die Deutsche Meisterschaftsstadt, der NAC. Dafür habe ich mich qualifiziert mit dem 2. Platz auf der Süddeutschen Meisterschaft. Ja, und ich habe natürlich mir die anderen Qualifikationen angeschaut und muss sagen, da hat es verdammt heftige Brocken dabei in der Athletik-Klasse. Das war richtig schwierig, aber wie ihr sehen könnt, ist auch bei mir alles im Lot. Die Vorbereitung läuft perfekt, die Form ist entsprechend. Ich bin natürlich seit einigen Tagen bedingt auch durch das Fotoshooting. Fotoshooting am vergangenen Wochenende, drei Tage in Österreich. Bei Jackie Liebe und Ingo Kreml, Fotosign Germant, haben wir einige schöne Fotos gemacht. Entsprechend ist natürlich auch die Form. Alles im Rahmen, alles so, wie es sein sollte, für völlig entladen. Kohle gerade sehr wenig, gar keine, sodass es halt gerade noch zum Überleben reicht. Das heißt, es ist ein bisschen, was im Blumenkohl, Brokkoli, im Spinaten oder Spanien drin ist. Das gibt es noch und somit ist natürlich hier mit Spaßparade nicht zu rinden. Aber wie gesagt, wir sehen können, ist alles gut, Beinchen noch, wie man sehen kann, auch hier alles so, wie es sein sollte. Jetzt geht es noch dran, natürlich heute noch den ganzen Tag entladen, sehr, sehr viel Wasser dringen. Morgen, Donnerstag noch entladen und am Freitag geht es dann los mit Aufladen, Freitagmorgen. Ganz in der Früh, ich glaube halb sieben, nach Buxhaven, im IC und dann natürlich langsam aufladen, gucken, die Form aufs Maximum bringen und dann werden wir sehen, was am Samstag ansteht. Konkurrenz ist sehr, sehr gut und somit spendieren wir natürlich auf einem Platz im Finale und legen alles dran, im Finale oben zu stehen. Ich bin natürlich im Einzelauftritt, das heißt ich over 40 Athletik-Klasse, meine Frau in der Shade-Klasse und natürlich als Paar. Das war's. Andreas Thienbacher, Pörsen-Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe. Das war's. Das war's.